So, da steht auch noch einer. So, bitte sehr. War's das? Jawohl, abgeschlossen. 200 Dollar. Heieiei, da wären wir selber fast ein paar Mal draufgegangen bei diesem Auftrag, weil die haben natürlich auch Scharfschützengewehre platziert und sogar jede Menge davon, wie es aussah. Und die musste man auch mehrmals treffen, wegen ihrer dumm, komischen Rüstung, die sie anhaben. Naja, aber wir haben es geschafft. Der Vermisste. Was haben wir denn da? Achtung, Bürger und Besucher von Whalespring. Ein Mitglied unserer Gemeinschaft wurde von den Ghosts entführt. Wir suchen noch nach jemandem, der den Mut hat, ihm unterschlupft, der Ghosts nach ihm zu suchen. Es ist zweifellos gefährlich, aber es winkt eine große Belohnung. Gerüchten zufolge wirst du von der Regierung gesucht. Okay, das machen wir mal. Kehre zum Ghost und der Schlupf zurück. Okay. Was, ich werde von der Regierung gesucht? Ja, das habe ich schon mitbekommen. So, wir müssen auf jeden Fall mal zwischenspeichern jetzt nach diesen Aufträgen, die wir hier uns geleistet haben. Einfach mal zwischenspeichern, annehmen, Spielstand überschreiben. Schön, schön. Und wir müssen jetzt... Ach, wir haben hier, ja, jede Menge Hypnosebolzen. Können wir uns keinen machen. Ach, da brauchen wir... Was brauchen wir denn da noch? Äh, Stahlbolzen brauchen wir. Okay. Aber wir wollen ja das Auftragskehr zum Ghost-Unterschlupf zurück. Suche im Ghost-Unterschlupf nach Spuren des entführten Bürgers. Der Vermisste. So, ab in die Garage. Verlassen. Und auf ins Ödland. Und hinein in den Ghost-Unterschlupf. Mal gucken, ob wir den jetzt so schnell finden. So, mal gucken, ob der uns überhaupt den richtigen Weg weist jetzt. Ist natürlich interessant. Also, unser Kontakt in der Basis berichtet von Regierungsaktivitäten in dem Gebiet. Wir wissen nicht genau, was Sie vorhaben. Sei also vorsichtig. Okay. Wir sind doch immer vorsichtig. So, da war wieder ein... Links zu sehen ein Stanley-Express-Briefkasten. Schön. Regierungsaktivitäten in diesem Gebiet berichtet. Pass auf dich auf. Ja, geht schon klar. So, fahren wir hier eigentlich jetzt? Wohin fahren wir jetzt eigentlich? Der Vermisste. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg jetzt, oder? Oder tun wir jetzt die Archendaten besorgen? Nee, das ist doch der Unterschlupf der Ghosts. So, aussteigen. Genau. Hier waren wir ja zu ganz Anfang schon mal. So, haben wir vielleicht auch eine andere Waffe. Ich nehme mal lieber die da. Schrotmonition, Minigranaten. Ui. Striker-Armbrust. Da haben wir nur sechs Stahlbolzen. Dann unsere Sturmschrotflinte. Da haben wir den Pulsschuss und Schrotmonition. Ja, ich nehme mal die. So. Nixi. Nachgeladen. Und dann gucken wir uns mal ein wenig im Ghost-Unterschlupf um. Die Ghosts. Eine Banditenrasse. Findet den Vermissten. Wo kann der nur sein? Crouch für Griechen. Wachsam bleiben. Hey, hier drüben. Ich bin froh. Zurückweichen. Geht nicht. Ich bin verletzt. Ha. Geht nicht. Ich bin verletzt. Nice. Wow. Wow. So, bitteschön. Ja, ihr werdet alle niedergemacht. So viel kann euch mal klar sein. Ich bin nur auf der Suche nach dem Vermissten. Ich bin nur auf der Durchreise, Kollegen. Moment mal, ich muss mal ins Waffenmenü gehen und gucken, ob wir nicht noch andere Waffen haben. Was haben wir denn hier? Den Raketenwerfer. Das Maschinengewehr. Das Maschinengewehr. Na, wieso geht's denn jetzt nicht nach unten? So, dann haben wir hier das Maschinengewehr, oder was ist das? Das ist das Maschinengewehr, das haben wir ausgerüstet. Die Striker am Brust auch. Das Scharfschützen. Sturmgewehr, Sturmschrotflint, da haben wir ausgerüstet. Ich nehme mal die Siedlerpistole, die würde ich gerne ausrüsten. Und zwar, ach so. Halt, ich wollte die doch ausrüsten. Ach. Zuteilen. So, die tun wir mal da oben hin. Auswählen. Und da wähle ich mal die Fatboys aus. So, auch ausrüsten. So, haben wir eigentlich einen Schlossknacker. Ach, jetzt habe ich hier mein Ding kaputt gemacht. Knackbares Schloss. Ähm, wo haben wir die Schlossknacker? Da. Bauen wir mal einen. Hier waren wir ja noch gar nicht drin. Zack. Ist auch das offen. Ach, fällt Triekristalle. Sterben ja wie die Fliegen. Die lassen schon wieder irgendwelche Sprüche ab. Ghostpistole. Cool. So, hätten wir die Sammelkarte auch gesammelt. Wo? Wo seid ihr? Ach, da ist einer. Komm mal vor, Junge. Haben wir den getroffen? Ich glaube, den treffen wir nicht richtig da. Aber jetzt. Zack. Bitteschön. Du hast es nicht anders gewollt. Was haben wir denn hier? Ach, zwei Dollar hat er bei sich. Immerhin ist er nicht ganz arm, der Kerl. Wieso schießt denn der noch? Ei, 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 ei. Das war jetzt knapp. Ich würde hier am liebsten nochmal zwischenspeichern. Speichern ist immer so umständlich hier, dass es keine Schnellspeichertasten gibt. Ich liebe ja Schnellspeichertasten. So, fett Boys. Voll. Wo? Hey. Hey. Wow. Hatten die mich jetzt erschrocken? So, Stahlklingen haben wir. Hier war doch noch einer, den wir erledigt haben. Okay. Schon wieder so laut hier auf dem Ohr. Mal die Kopfhörer ein bisschen beiseite schieben. Das glaubst auch bloß du. So, mach die Fliege. Dankeschön. Wow. Da reicht ein Schuss, wenn man zielt. So. Abgeschlossen. Ach was, der vermisste. Ach hier. Die sind wohl schon kaputt. Schade. Ja, dann nichts wie, äh, zurück, oder? Können wir nicht schneller zurück? Hm. Na gut, dann so zurück. Er ist da drüben. Ich werde die Wette mit deinem Blut. Ja, oder mit deinem. So, jetzt müssen wir natürlich wieder zurück hier. Ach, was ist denn da? Ach, hier können wir jetzt nicht durch, oder was? Okay, da werden wir im Prinzip gezwungen, hier rum zu gehen. Wahrscheinlich, weil noch mehr Banditen kommen. Das war mir klar. So, noch drei Schuss. Das reicht für den. Zwei Schuss. Na ja, da sollte ich mir jetzt mal überlegen. Ach, wieso werfe ich immer dieses Ding? Sollte ich mir schon mal überlegen, hier Munition zu wechseln? Was? Wo? Dort? Ich dir auch. Hey. So, bitteschön. Dann halt mit dem Wingstick. Wenn der uns schon so bedrohlich nahe kommt. So, nix wie raus hier. So, Griechen. Und nix wie raus hier. Nix wie raus. So, bevor die uns wirklich noch die Fresse polieren. Wäre ja nicht so geil. So. Ach ja. Sieht das cool aus, oder was? Wo ist unsere Karre? Da steht sie schon. Zielsuchraketen leer. Ach was. Wer hätte das denn gedacht? Ach so, wir können ja gleich, wenn wir hier in Norden sind, zur Arche zurückkehren. Und schon mal hier unseren ID-Chip holen. Ach, guck an, hier müssen wir aussteigen. Cool, cool. So, Archen-Notprogramm. Ja, hier oben waren wir. Hol dein ID-Drive aus der Arche. Ja, das war ja das erste Gebiet, wo wir waren. Kommen wir denn da hoch? Ach, hier. Ach, herrje. Bit-Scan bereit. ID-Drive ausgeworfen. Bring das ID-Drive zu Captain Marshall. Ach, und hier, unsere Kollegen sind immer noch drin. Die sehen ja nicht so gesund aus. Was ist das denn? Hä? Ich sollte vielleicht lieber mal speichern. So, auswählen, annehmen. Weil ich glaube, das könnte uns jetzt hier ganz schön zum Verhängnis werden. Und ich möchte da doch auch glatt nochmal die Waffe wechseln. Und zwar möchte ich an dieser Stelle gerne meine Doppelläufige. Ach, die haben wir ja schon. Okay, dann rüsten wir sie mal aus. Was heißt hier?